Guten Morgen! Oh Gott, wie ich mich anhöre! Ja, also gestern Abend bin ich ja noch kurz was essen gewesen. Danach ging es mir aber nicht mehr so gut. Also, das Essen hat es nicht rausgerissen. Hätte auch einfach hierbleiben können. Ja, dann bin ich halt, habe mich hingelegt, hatte eine Schmerzarbeit genommen und bin dann schon irgendwann eingeschlafen. Ja, mir geht schon wieder besser. Und jetzt muss ich mich beeilen und fertig machen, weil in 10 Minuten wird mein Roller abgeholt. Und dann geht es ja auch schon los mit der Tour um 10 Uhr. Mal schauen, wie das wird heute. Ich bin voll müde noch. Naja, bis später. So, ihr Lieben, jetzt geht es los! Und ich kann endlich mal in diesem Ding hier filmen, weil normalerweise sitzen hier immer andere Leute und an den Fergen hier war ich für ein bisschen geschwört. Ähm, ja, ich sitze in so einem Transportwagen-Dingsel. Und jetzt fahren wir los. Ich habe mal eine lange Hose angezogen und so ein Ding, habe aber noch eine kurze Hose dabei und einen Badeanzug, weil wir angeblich vielleicht immer so schwimmen gehen. Und jetzt geht es los! Und jetzt geht's! 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 Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020